Hallo, hier ist Christine von yesnomads.com und heute sind Paul und ich hier bei dem Cocoa Crater Botanical Garden. Das ist ein botanischer Garten in den Crater, also in den Krater drin. Und wir sind ungefähr eine halbe Stunde vom Baikiki-Strand bis hierher gefahren. Und in diesem botanischen Garten können wir eben verschiedene Bäume sehen und ein paar Blumen. Und ja, dieser botanische Garten, der ist ungefähr 24 Hektar groß. Und ja, wir zeigen euch jetzt ein paar Ausschnitte von diesem botanischen Garten. Also bringt genügend Wasser, es ist wirklich sehr heiß und trocken hier, die Luft. Coffee-Family, that's from. Die Luft Der Wirheber Die Luft murder Wenn wir auch mal sagen, weil wir den Brum Weekly sich fiero ital und wir 那我們